Hallo liebe Baskets-Fans! Hinter uns liegt ein ganz besonderes Spiel. Es war nicht nur das Derby gegen die Adland Dragons aus Quakenbrück, sondern auch das erste Spiel von Laden Drianjic als Head Coach der EWE Baskets Oldenburg. Wir haben uns beim Team umgehört, was es so über den ersten Einsatz von Laden Drianjic zu sagen gab und natürlich auch gefragt, was uns beim nächsten Gegner, Telekom Baskets Bonn, erwartet. Ich glaube, dass Laden das echt gut hingekriegt hat. Wenn man überlegt, dass wir nur gerade mal eine Woche Zeit hatten, um uns vorzubereiten auf einen wirklich starken Gegner, haben wir es wirklich geschafft, die Verteidigung komplett umzustellen, unsere Offense auch umzustellen und gewisse Systeme ins Spiel einzubringen, die, glaube ich, so vielleicht nicht jeder Trainer schnell hingekriegt hätte. Ich glaube, er hat einen guten Job gemacht. Ultimately, er hat die W, so das ist die wichtigste Sache. Aber seine Energie war großartig. Ich denke, er war positiv. Und die Team war able zu feeden auf seine Energie. Und ich denke, wir spielen gut. Ich denke, das erste Spiel war perfekt. Obviamente, es war ein Derby-Games, so die Fans waren wirklich into es. Und, you know, after, you know, losing 8-of-10, zu kommen zurück und haben Coach auf den Seiten, mit dem Emotionen und dem Passion und dem Intensität, es wirklich war der driving force behind uns. Es gab uns viel Energie auf den Courten, und wir uns spielen mit dem Emotionen, den wir mit spielen wollen. Und, you know, wir sind sehr glücklich, dass wir das erste Spiel gewinnen, und, you know, das erste Spiel gewinnen, und besonders war es ein Derby-Games. Ich glaube, Bonn-Oldenburg hat eine gewisse Historie mittlerweile. Und in Bonn zu gewinnen, ist natürlich extrem schwierig, aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich. Und am Ende wird, denke ich mal, das Spiel über Kampf entschieden. Und wer am vergangenen Wochenende in der Halle war, weiß, wie wer wir kämpfen können mittlerweile wieder. Es wird schwer, besonders in Bonn spielen. Es ist immer ein schwieriges Spiel, da zu spielen. Und sie spielen jetzt auch sehr gut. Wir werden einen schwierigen Job haben, aber es ist auch eine gute Vorbereitung für die Top-4. Wir arbeiten wirklich hart, diese Woche in der Praxis, und sind bereit. Also, das ist eine gewisse Situation. Sie spielen Bonn auf Monday, und dann spielen ihn wieder fünf oder vier Tage später. So für die Preparation, gehen wir in die Games sind gut. Wir wissen viel über Bonn, nach dem die Top-4-Games. Bonn ist ein guter Team, aber Calis hat sehr gut gespielt. Und sie sind ein sehr schwieriges Team. Wir müssen versuchen, so viel zu lernen wie wir können, bevor wir ins Spiel gehen. Aber wir müssen einfach weiter machen, offensiv und defensiv machen, und mit der Intensität, die wir im letzten Spiel haben, aber versuchen, es zu einem anderen Level zu nehmen. Am Ostermontag treffen wir also auf die Telekom Baskets Bonn. Nicht weit entfernt ist dann das Top-4, was am 11. und 12. April in Oldenburg stattfindet. Ihr könnt euch noch Karten sichern, seid dabei und unterstützt das Team. Bis dann. Ciao.